Willkommens. Hier ist euer Jansk, L.P. und Willkommen zum Spiel Homesick. Es ist wie die anderen Spiele, wie das letzte Spiel, Hide. Einfach Pickful-Spiel, aber ich kenn mich hiermit nicht aus. Ich hab nur ein paar Bilder gesehen. Also, werde ich doch mal starten. Fuck nein, How to play wartet. Hier bin ich wieder. Und ja, ich hab's eben gerade nochmal, Dingsy, mal gestartet. How to play. Nach links, A. Right. Nach rechts, D. Okay. Change Action. Mouse-Field. Okay. Taschenlampe. F. Renn. Shift. Okay. Interface. Okay. Menü. Escape. Ja, das brauchen wir nicht. Also, wollen wir nochmal direkt fortsetzen? Ich... Vor 10 Jahren, mein älterer Bruder, deine Frau und dein bester Freund. Ja, ich hab kein Wort mehr, das gerade durchzulesen. Jetzt jemand zu Hause bleibt, aber... Hallo? Die Lichtschalter sehen nicht so aus, als ob sie funktionieren würden. Ich glaube, die... Der Strom ist aus. Ich... Ich... Es ist stark. Es ist dunkler hier als aus. Egal. Was ist das hier? Also. Rennen. Und gucken. Darf ich noch ein paar... Das ist ein mieser Trick-Entwickler! Ja. Fick dich. Fick dich. Äh. 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 Riech! Äh. Okay. Oh, meine... Oh, meine Augen. Ja. Homestick. Fick dich. Direkt. Neuanfang. Niemals die Taschenlampe aus. So, jetzt aber so... Blablabla. Was hat alles hier passiert? Also rennen können wir auch. Halten. Hier war da eben gerade eine Brechstange. Ich habe eine Brechstange. Ja, okay. Hier ist nichts drin. Wollen wir doch mal hier durchgehen. Da geht die Treppe runter. Hoch. Was auch immer. Gehen wir doch einfach mal gerade aus. Das wäre eben gerade der allergrößte Schocke. Schränke mache ich jetzt nicht auf und so. Kein Bock. Okay. Yeah. Die ist offen. Wo bin ich? Nix. Okay. Psychofotze. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Das kann ich nicht gebrauchen. Verschlossen. Ich will mich jetzt nicht umdrehen. Bitte, 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 bitte. Da muss eine Tür sein. Da muss man... Wenn ich das rein schaue. Gut. Hier ist es. Das ist, was ich nicht. Sie haben nicht. Das ist passiert. Wird nicht die Tür drin. Erfne die Tür. Oh, Quatsch. Tod. Okay. Das war ein mieser, böser Trick. Wir merken uns, am Anfang ist eine Brechstange, aber wir gehen diesmal. Ne, lass uns lieber doch unten bleiben. Ach, das ist der letzte Versuch jetzt, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Kennen wir schon. Das Auge bringt einem bestimmt gar nichts. Ohne Momento. Ja, hab ich einen Anruf bekommen. Okay. Also, was ich eh gerade noch sagen wollte. Anscheinend ist die Brechstange nicht mehr da, wo sie sein sollte. Also, es ist so ein Random Game. Also, machen wir das auf, finden nichts und gehen wieder raus. Angst. Wenn, weil ich hab ja so einen niedrigen Anteil von Licht, spiel ich's ja und so unfair, dass wenn ich dann auch immer hinter mir leuchte, dass er dann auch noch immer hinter mir steht, der Bastard. So eine Angst habe ich. Oh, ich schwieg's schon an den Kopf. Oh Gott. Ist nur ein Badge, aber... Hold. Nix drin. Hold. Auch nix drin. Hold. Auch nix drin. Hold. Auch nix drin. Okay. Gehen wir mal hier hinten hin. Das ist mir nicht geheuer, oder... Das sieht mir nicht geheuer aus. Es passiert gleich etwas. Ich spüre es. Ich habe einen zweiten Sinn für sowas. Oh, Juggie, ich wüsste es doch! Wohin jetzt? Oh, das war ziemlich dumm von mir. Oh. Fuck. Das war's mit mir, ähm... Tschüss. No. Ja. Sehr geil. Bam, ich kann hinter die Wand fliegen. Geil! Und das weiter kriegt ein... Oh, oh, oh. Oh, jetzt bin ich weggezogen. Naja, okay. Ich bin erstmal... Das... Also, das... Ähm... Mal... Homesick. Und... Ja, bis... Ähm... Das nächste Mal. Tschüss, euer GermanScarePier.